Sie sehen hier bei so einer Eiche, die übrigens die Samen auch aus dem eigenen Revier stammen, die Baumschule hat die angezogen mit Eichen aus dem Revier Elbaue, muss die Pflanze auf jeden Fall mindestens so tief rein, wie sie drin war. Das sehen Sie hier am Wurzelhals. Die muss also so tief rein. Und es macht keinen Sinn, dass die Wurzel irgendwie versucht werden, so rein, dass sie gerade drin ist. Nein, wir müssen das Loch so tief ausheben, dass die Wurzeln auch in der Form, wie sie jetzt an dem kleinen Bäumchen dran sind, in die Erde kommen. Wenn es so genau erklärt wird, ist das Pflanzen eines Bäumchens auf den ersten Blick kein Problem. Aber zur Sicherheit noch einmal. Erst wird mit dem Spaten ein Loch gegraben und das ist bei dem schweren Boden in der Elbaue bei Gerwisch dann doch ziemlich anstrengend. Dann wird der Setzling eingepasst, die Erde zurück in das Loch geschoben und dann sorgfältig angetreten, damit keine Hohlräume zurückbleiben und die Wurzeln Kontakt zur Erdfeuchte bekommen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, sie ist seit 1947 die wahrscheinlich älteste Umweltorganisation im Land, hat hier auf dieser Fläche eine größere Baumpflanzaktion vorbereitet. Und sich prominente Unterstützung eingeladen. Denn hier arbeiten Sachsen-Anhalts Landtagspräsidentin Gabriele Brackebusch und die deutsche Waldkönigin Christiane Heinrichsvogel nicht das erste Mal Hand in Hand, denn beiden ist der Wald eine Herzensangelegenheit. Und wir beide wissen schon, wie man ein Loch lächer buddelt. Also wir haben schon öfter Bäume gepflanzt. Wir sind speziell. Das ist unsere Spezialität hier. Denn wenn wir keine Bäume mehr haben, keine Wälder mehr haben, haben wir auch keinen Sauerstoff zum Atmen. Deswegen ist das so wichtig, dass auch Neuaufrüstungen wieder da sind. Und wenn sich die Bevölkerung mit daran beteiligt, auch unsere Kinder von den Waldfüchsen, ist das hervorragend. Ich finde, mein Herz schlägt auf jeden Fall auch für den Wald. Und deswegen bin ich immer dabei, soweit ich kann. Zurzeit ist der Wald und eben nicht nur in Deutschland akut gefährdet. Die zurückliegenden Dürrejahre haben eine Vielzahl der Bäume geschädigt. Die Auswirkungen des Klimawandels, es ist nicht nur die Trockenheit, sondern dadurch werden auch Baumschädlinge wie der Borkenkäfer begünstigt, sind überall zu sehen. Und hier setzt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ein. Denn nur der Mensch kann durch aktives Handeln zielführend eingreifen. Der Wiedernahme schon sagt, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bemüht sich eben um die Erhaltung des Waldes. Das heißt, insbesondere jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wo großflächig nicht nur Bäume, sondern auch Wälder absterben in Deutschland. Wir unterstützen alle Projekte und wollen damit auch aufmerksam machen auf die Notwendigkeit und nutzen solche Pflanzaktionen, wie wir sie hier haben, eben in der Öffentlichkeit noch mehr Aufmerksamkeit dafür zu erreichen. Unterstützt wird diese Aktion durch die Volksbank, die die 502-jährigen Stieleichen bezahlt hat und so einen Beitrag zur Aufforstung leistet. Auf der anderen Seite wird das ein Wirtschaftswald und deshalb werden die jungen Bäume relativ eng gepflanzt. Wir wollen ja Bäume produzieren, die später auch technisch für die Verarbeitung als Möbel, Holz oder andere Dinge, Bretter, Ware taugen. Und dazu muss der Stamm natürlich gerade möglichst und wenn es geht auch astfrei wachsen. Das steht nicht im Widerspruch zu irgendwelchen anderen Funktionen der Bäume als sich. Aber wir pflanzen gegenüber der vielleicht Einzelaussamung eben die Bäume so, dass die sich selbst hochschieben und dadurch Astfei und Langschaft erzielen. Das sind junge Stieleichen. Die Eicheln, aus denen sie gezogen wurden, stammen aus der Nachbarschaft, genauso wie die Kinder aus der Kindergartengruppe der kleinen Elbsträuche in Gervisch. Sie sind Waldfüchse und von Anfang an lernen sie, wie wichtig der Wald für uns Menschen ist. Aber erst wenn sie einmal mit ihren Enkeln hier vorbeikommen, werden sie sehen, welche der Setzlinge es geschafft haben, eine deutsche Eiche zu werden.